Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal darum, in Photoshop kleine Halo-Effekte zu entfernen aus dem Bild, die manchmal entstehen können, die relativ nervig sind. Und ich zeige dir, wie du die ganz einfach entfernen kannst. Viel Spaß! Ich habe jetzt hier mal ein Foto geöffnet, was ich auf den Fähröer Inseln geschossen habe. Das Bild ist eigentlich soweit schon fertig bearbeitet. Ich habe jetzt nur im Nachhinein leider erst festgestellt, dass ich, dafür muss ich jetzt hier mal ein bisschen näher heranzoomen, dass ich hier schon relativ starke Halo-Effekte um diesen Berg hier herum habe. Das siehst du jetzt hier vielleicht ganz gut. Du hast hier um den Berg so eine weiße Linie und das sind sogenannte Halo-Effekte, die man natürlich möglichst gerne vermeiden möchte. Jetzt stellt sich die große Frage, wie kann ich diese Halo-Effekte vernünftig, sauber und möglichst schnell entfernen. Und das möchte ich dir jetzt mal zeigen. Eigentlich ist es relativ einfach. Und das Erste, was ich dafür mache, ist einfach mal diese Hintergrund-Ebene hier zu duplizieren, damit wir hier auf einer neuen Ebene arbeiten und nachher noch einen Vorher-Nachher-Effekt zeigen können. Was ich jetzt dafür eigentlich nur brauche, ist der Kopierstempel. Den finde ich jetzt hier in der Arbeitswerkzeugsleiste. Und wenn ich den jetzt hier mal aktiviere, dann siehst du hier oben auch schon, dass wir so ein kleines Menü haben, wo ich noch die Deckkraft einstellen kann, den Fluss und so weiter und auch den Modus. Deckkraft und Fluss lasse ich jetzt hier mal bei 100%. Ich kann jetzt hier mit einem Rechtsklick in das Bild auch noch die Größe einstellen. Ich denke mal, dass ich hier die Größe so zwischen 50 und 60 Pixel mal lasse. Das erscheint mir hier in diesem Bild jetzt hier so als gute Größe. Die Härte lasse ich bei 0%, damit ich den Feinübergang habe und jetzt keine harten Kanten drin habe. Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so. Der Kopierstempel funktioniert im Endeffekt so, dass ich mit gedrückter Alt-Taste oder Optionstaste auf dem Mac mir eine Quelle aussuche. Und da siehst du auch schon, dass sich dann der Mauszeiger hier verändert. Und dann klicke ich einfach mal irgendwo hin, wo ein sauberer Bildbereich quasi ist. Also das, was ich quasi woanders hin kopieren möchte. In dem Fall jetzt hier einfach mal den Himmel. Den möchte ich ja hier näher ran kopieren an diesen Berg. Wenn ich das jetzt einfach mal so machen würde, also mit gedrückter Alt-Taste hier und dann einfach hier mal so drüber malen würde, ja, dann kopiere ich zwar den Himmel drüber, aber das Problem ist jetzt, ich male natürlich auch über den Berg. Und das möchte ich natürlich verhindern. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt hier nochmal zurück. Und was ich jetzt machen muss, ist im Endeffekt nur den Mischmodus von normal auf abdunkeln stellen. Man muss sich jetzt hier nur mal Folgendes überlegen in der Theorie. Der Himmel ist relativ hell, ja, so ein Grau. Der Berg ist sehr, sehr dunkel. Und diese Linie hier, die ist am hellsten. Das bedeutet jetzt also, wir haben hier eine relativ weiße Linie, einen mittelgrauen Himmel und einen sehr dunklen Berg. Und ich möchte jetzt diesen mittelgrauen Himmel über die sehr helle Linie kopieren, möchte aber den sehr dunklen Berg davon ausschließen. Bedeutet, wenn ich jetzt den Mischmodus abdunkeln nehme, dann dunkel ich in dem Moment die weiße Linie hier ab mit dem Himmel. Da der Himmel aber heller ist als der Berg, wird der Berg davon nicht betroffen sein. Das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Ich drücke jetzt hier nochmal die Optionstaste bzw. die Alt-Taste, nehme jetzt hier den Himmel ein bisschen auf und male jetzt hier mit gedrückter Maustaste einfach mal so ein kleines Stück hier neben oder über den Berg drüber. Und du siehst, dass jetzt der Himmel hier über die weiße Linie kopiert wird, allerdings nicht über den Berg. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und ich werde jetzt hier einfach mal an verschiedenen Stellen auch immer wieder neu samplen quasi mit der gedrückten Alt-Taste, damit ich jetzt hier nicht die ganze Zeit nur mit einem Sample arbeite, sondern hier wirklich mir immer wieder neue Stellen suche. Dann kriegen wir auf jeden Fall das beste Ergebnis dabei heraus. So, das kann ich jetzt hier noch so ein bisschen fortführen. Immer da, wo wir gerade sind, werde ich mir jetzt hier auch so ein neues Sample immer mal machen mit gedrückter Alt-Taste, damit wir hier dann entsprechend auch wirklich immer sehr akkurat arbeiten. Wo wir jetzt ein bisschen Probleme bekommen werden, ist wahrscheinlich hier oben, denn hier haben wir Schnee mit in dem Berg drin und der ist natürlich auch wesentlich heller als der Himmel hier. Und das Problem ist natürlich, wenn ich dann hier drüber male, dann wird auch der Schnee dunkler werden. Da könnte ich jetzt aber mir zum Beispiel eine weitere Ebene erstellen und dann mit einer Ebenenmaske arbeiten. Das werde ich jetzt einfach mal tun. Also ich werde diese Ebene hier nochmal kopieren und dann werde ich jetzt hier oben einfach mal anfangen. Hier so ein bisschen rüber malen und du siehst schon, was passiert. Teilweise hier der Schnee so ein bisschen. Ich werde jetzt hier nochmal so ein bisschen was aufnehmen und ich werde es einfach mal so ein bisschen übertreiben hier und in diese Schnee so ein bisschen reinmalen, damit du einfach mal siehst, was hier passiert. Was ich jetzt einfach machen könnte, ist jetzt hier diese Ebene zu maskieren. Wenn ich jetzt hier unten auf diesen Ebenenmasken-Button einmal klicke und dabei die Alt-Taste drücke, wird diese gesamte Ebene durch eine schwarze Ebenenmaske erstmal wieder ausgeblendet. Und mit einer weißen Pinselspitze könnte ich jetzt entsprechend die Größe einstellen, könnte ich jetzt hier quasi mir nur den Effekt da reinmalen, wo ich ihn wirklich brauche. Und zwar hier oben an der Kante. Der Schnee bleibt davon jetzt aber völlig unberührt. Ja und so könnte man jetzt relativ genau damit arbeiten und könnte trotzdem hier sehr einfach dann hier mit dem Kopierstempel weiterarbeiten. Natürlich kann es auch mal sein, dass du es genau umgekehrt haben musst, dass du eine Sache heller machen musst. Dann wählst du einfach von dem Kopierstempel-Werkzeug den Modus nicht abdunkeln, sondern aufhellen und dann funktioniert das genau in die andere Richtung. Soweit so gut. Ich werde jetzt hier also an dem Bild natürlich noch weiterarbeiten und das Ganze hier unten auch bis in das Meer noch machen. Ich möchte dir jetzt hier nur noch mal ganz kurz ein Vorher-Nachher zeigen. Achte jetzt einfach mal hier auf diese Kante, die wir bisher bearbeitet haben. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt danach aus und jetzt ist halt dieser Halo-Effekt wirklich komplett verschwunden und wir haben ein besseres Bild mit besserer Bildqualität. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen zu dem ganzen Thema hast, einfach unten in die Kommentare damit. Genauso kannst du mir da auch weitere Video-Vorschläge reinpacken. Was dich interessiert, poste es einfach mal unten. Das interessiert mich selber sehr, woran ihr interessiert seid. Und ich würde sagen, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.